Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Diesmal nur ein kurzes Video mit einer weihnachtlichen Orangendorte. Einen kleinen Teil des Bodens bedufte ich mit Schokoladenduft und färbe ihn grau ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Den Hauptteil färbe ich orange und bedufte ihn mit einem orangen Parfümöl. Untertitelung des ZDF, 2020 Da der Orangenduft stark anzieckt, gebe ich ihn jetzt auch in den Orangenduft. kurz vor dem Einfüllen in die Form hinzu. Mit dem Teigschrauber versuche ich zu verhindern, dass die beiden Schichten ineinander fließen. Was, wie man eben gesehen hat, nicht so ganz geklappt hat, aber ich bin trotzdem zu regnen damit. Für die Dekoration habe ich mir weißen Seifen vorbereitet, den ich jetzt in einen Spritzbeutel fülle, den ich mit einer Sternentülle vorbereitet habe. Indem ich den Spritzbeutel beim Aufspritzen immer auf und ab bewege, erzeuge ich einen leichten Brüchen effekt. Musik Für die Dekoration habe ich für jedes zweiten Stück im Voraus eine Orangenschreibe getrocknet. Weiterhin bekommt jedes Tortenstück eine halbe Zimtstange zur Dekoration. Aus einem übrig gebliebenen Stück Seife habe ich kleine Sterne ausgestochen mit einem Planschkatter. Diese habe ich dann in Goldmica gewählt. Musik Hier seht ihr nun mein fertiges Endergebnis. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Musik 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 Musik